In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, wie du den Satz des Pythagoras in einem Quadrat oder in einem Rechteck anwendest. Wir starten hier mit einem Quadrat mit der gegebenen Seitenlänge a. Möchtest du dir nun die Diagonale des Quadrates ausrechnen, die bezeichne ich hier mit d, brauchst du wieder den Satz des Pythagoras. Du erhältst durch das Teilen des Quadrates mit der Diagonale zwei rechtwinklige Dreiecke. Eins davon zeichne ich nun heraus. Hier sitzt der rechte Winkel. Wir haben die Diagonale d und die beiden Seiten a und a. Wenden wir nun den Satz des Pythagoras an, rechnen uns also die Länge der Hypotenuse d aus, brauchen wir nun d² ist gleich a² plus a². Möchtest du das Ganze ohne Wurzel anschreiben? d ist gleich die Wurzel aus a² plus a². Mit dieser Formel kannst du dir die Länge der Diagonale im Quadrat ausrechnen. Für Fortgeschrittene schreibe ich nun in blau noch eine Erweiterung an. Und zwar kannst du unter der Wurzel a² plus a² zusammenfassen und erhältst nun also die Wurzel aus 2a². Daraus kannst du nun bereits die Wurzel ziehen und d wäre also die Wurzel aus 2 mal der Seitenlänge a. Wie bereits gesagt, dieser blaue Teil ist für Fortgeschrittene. Du kannst hier die Länge der Diagonale auch wunderbar mit der Formel d ist gleich die Wurzel aus a² plus a² ausrechnen. Als nächstes sehen wir uns das Ganze noch bei einem Rechteck an. Wieder zeichne ich die Diagonale in grün ein, benenne sie mit d, zeichne mir nun das rechtwinklige Dreieck heraus mit den Katheten a und b. Hier sitzt der rechte Winkel und hier die Diagonale, die wir berechnen wollen. Die Diagonale ist wie beim Quadrat wieder die Hypotenuse. Wir haben also d² ist gleich a² plus b². Und das Ganze auch wieder ohne Quadrat, also d ist gleich die Wurzel aus a² plus b². Die Diagonale ist wie beim Quadrat.